In diesem Videoclip sehen Sie, wie man das Ship-Tan-Verfahren bei der DKB einrichtet. Dazu benötigen Sie Ihre DKB-Bankkarte, ein Ship-Tan-Gerät – ich habe es schon mal aus der Verpackung herausgenommen – und den Brief mit den Zugangsdaten, den Sie dann bekommen haben. Gehen wir zum Online-Banking und locken uns ein dort. Der Anmeldename ist der Name, den Sie hier bei Legitimations-ID finden, und zwar Ihre Kontonummer, denn es ist hier kein Leerzeichen, sondern ein Unterstrich, CC, geschickt haben. Der PIN ist der PIN, den Sie dann hier im Brief finden. Und dann auf Anmelden klicken. Es öffnet die Seite, wo der Ship-Tan-Generator eingerichtet wird. Es sind fünf Punkte zu folgen, die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Bitte führen Sie die Karte in den TAN-Generator ein, da ist davor noch den Schnipsel hier rauszuziehen, der bisher die Batterie geschont hat. Und die Karte wird hier unten eingeführt. Ich nehme die Karte und führe sie so in das Ship-Tan-Gerät ein. Dann heißt es, halten Sie die TAN-Taste gedrückt, bis im Display die ATC-Anzeige aktiviert wird. So, die TAN-Taste. Okay, die Anzeige ist erschienen. Warten Sie auf den Startcode und drücken Sie erneut TAN. Okay, der Startcode ist angezeigt und jetzt nochmal erneut TAN drücken. und wir haben jetzt eine TAN und eine ATC. Beides geben wir jetzt hier ein. und klicken auf Weiter. So, jetzt kommt der Hinweis, bitte locken Sie sich neu ein. Das tun wir auch. Da klicken wir einfach hier auf Anmelden und geben nochmal unseren Anmeldennamen, also wie von dem Brief, der Digitimations-ID ein, die Kontonummer und dann der Unterstrich und C für Ship-Tank. Und die PIN, auch wieder vom Brief. So, und nun ist es nicht so weit, dass eine neue PIN festgelegt werden muss. Dazu wird zuerst die bisher gültige eingegeben, also die vom Brief. So, um diese PIN zu bestätigen, ist natürlich eine TAN erforderlich und die werden wir uns jetzt mit dem Gerät besorgen. Dazu wird die Karte wieder eingesteckt, beziehungsweise sie ist ja noch drin. Drücken wir auf die TAN-Taste, ziehen wir sie raus und stecken die nochmal rein. Damit wird das Gerät aktiviert. Drücken wir auf die TAN-Taste und jetzt soll ein Startcode eingegeben werden. Den Startcode finden wir auf dem Monitor. Der Startcode ist eingegeben und dann die Taste OK. So, jetzt ist die TAN auf dem Display, die gebe ich jetzt ein. So, und damit ist jetzt auch meine PIN erfolgreich geändert, also eingeführt. Das Konto ist jetzt soweit fertig. Es kann jetzt genutzt werden. Wir können die Überweisung ausführen und dann mit diesem Gerät bestätigen. Wie das funktioniert, das sehen Sie natürlich im nächsten Clip. WDR 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 Vielen Dank.